und ich gehe da hinten hin weil sonst ist es ziemlich beschissen ich bin gerade da wo wir den einen Spieler getötet haben ich bin immer noch im Mountain Crease erstmal ein paar Zombies töten der Himmel könnte auch schöner sein ich finde sie geil aus ja die Zerbelle aus aber es heißt halt Standbild die Sonne die ja ich komme auch mal die jaja viel Mühe für das Spiel ja ja es ist noch nicht so es ist lange relativ okay ausschaut dann passt schon ja so ist er schon nicht noch alles kommen die Animation wir können aber ich kann auch ganz kurz Crouchen zeigen also Fußarbeit hier gar nichts Crouchen Crouchen ist noch sehr komisch auch so Loll okay und es ist vorhin jetzt wollen die Sachen immer auf den immer noch von uns und so Akku Erdmann ist gibt die Klopp die Bömer Sommi ja und der Fähre nicht er erzählt ich bin aber meist nicht ein Töte Prozent der Kälte bei einer Kommut die nächsten fünf auch und wirtschaft das die sind also Prozent wie das gehört habe ich denke das war eine M16 Prozent ich habe ein Problem auf der rechten Seite Hirschnur eine M9 und auf der linken Seite Hirschnen 16 vielleicht schießen sich gegenseitig ab oder sie können zusammen weiß ich nicht die M16 war auf jeden Fall sehr sehr nah die andere die M9 es geht 100 Meter vielleicht bekriegt sie sich na ich bin jetzt gleich ein kleines Job zum Großen kann ich eigentlich auch noch hingehen wo es scheiß ich habe auch so sind Herr Taschenlampel scheinbar sich alles durchgehen wie wir mal nicht sag ich doch bei uns nächsten 96 Euro zu viel hat noch gar nicht das höchste ist jetzt die genau alle das machen achte ich die die solche ume durchschauen durch die Ottos ich habe das wasser gefunden wie ich mich bist du eigentlich aus der Ego Perspektive Prozent außen und Ego ich öffnen die ersten Folgen werden ein bisschen langweilig weil erst mal ein paar Sachen suchen und so was wird noch Action reicher jeden Fall meistens zusammen mit Krummler okay ab mir vorhin so als er noch finden muss mich jetzt erst mal ein bisschen ausrüsten dann wird das gut funktionieren weil bis du kommst ist auch sehr schön die andere Häuser wie ausgespawnt ja können wir noch alles durchgehen also man kann zum Beispiel in der Stadt hält viele Häuser rein oh komm fang an zu schreien alten Opa äh Zombie vielleicht habe ich Glück für den wir einen Autos von M16 dann auch kommen muss ich die das geht nicht so schnell also so dunkel ist gar nicht ich hoffe dann ist es zu dunkel also ich weiß nicht ob es zu dunkel ist für die Aufnahme ich müsste eigentlich müsste es gehen wo ich mich gehe aufgenommen habe ging es eigentlich ich hoffe es nicht zu dunkel ich gehe mal wieder durch die Läden und guck was da jetzt zu spawnen kommt sechs Meter nach oben ja so mal Backpack liegt immer und ich habe ne okay so eine schwarze Maske an der weiße er weiß was macht nämlich jetzt nicht die das sieht mich ziemlich gut das will ich jetzt nicht und erledigt die schwarze ne die gleiche war kann ich stecken weiße Masken ich weiß ein Problem auf der kann man nicht aber man kann alles decken aus neuer Waffen oder Masken auch hier bei Nucle ist gesteckt stecken was ist wieder neue Sachen Schirmlight Wasser Bröschmann Rucksack und Schrot also supi Fläschleitungen näher kommen Medium Backpack Oh yeah okay erstmal schön hier ausrüsten also schneiden wir immer bei 15 Minuten ja gut also nicht von der März noch ein bisschen wir spielen sowieso heute Abend sowieso ja wir spielen noch heute Abend ein paar Runden würde ich sagen ja weil das bockt abends auch extrem ja weil ich weiß nicht wie viele Festplotten speichern weil ich nehme auf meinen Daten das ist kein Problem du lässt sie einfach hoch und löst sie dann einfach wieder ne ja ja schon das weiß ich ja aber am Stück weißt du ich habe jetzt 200 irgendwas frei weil ich mal auf mein C aufnimmt und auf mein am Datenträger da auch spiel ich und ich werde mal vielleicht mal tauschen wäre besser könnte ich mir aufnehmen da weiß ich genau wie viel wir schauen ich geschäft mit der mir 40 Gigabyte trotzdem bei mir ich würde so fast in das Thema nachzuschauen wie viel wir jetzt schon haben ja Boah 32 Gigabyte 32 schon nachschaut warte mal ich guck mal kurz auf die ne ne ähm ja wir haben aber zwei Aufnahmen die haben jetzt 40 Minuten 40 Minuten haben wir aber zwei Aufnahmen ja ja aber es ist mit Fraps das teilt sich sowieso echt ne bei mir nicht ne ist das alles in einem ja auch bei mir nicht da musst du mal die neue Investition downloaden was ist nicht gemacht ne die alten Sachen sind die besten ne 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 ja ok mach später mal und so ist es ich bin es ist nicht gekriegt vorweg ich bin es nützt die Lizenz von A5 Kumpel von mir ich hab das auf einer nicht so legalen Seite geholt ich hab's nicht gekriegt hab's per 10 Euro Paysafe geholt ja aber ist aber auch egal Hauptsache bezahlt ja war aber ein Code ja war ein Code ja war ein Code langsam muss ich aber mal was schönes bauen ach Polizei ist ja auch noch ach ich hab ziemlich wenig trinken so ich geh jetzt mal kurz in die anderen guck da nach und dann komme ich zu dir wäre auch langsam mal Zeit weil 20 Minuten an der gleichen Stelle gammeln ist auch nicht so tricky mhm aber mir passiert auch ziemlich wenig ok ich gebe durch ein paar Häuser durch der Stadt und das war's schon ja ok ich bin fertig oh jetzt hab ich auch noch was gegessen oh boah er ist nicht mal komisch wenn man dann ich habe auch 5 ähm keine zu oder sogar Suppe drauf gehauen und wenn ich aussehen in die 5 Trog dann haust ich das Messer 1 ich höre ich 6 zu müssen Kampus City ja ja neben großen ich komme Straße die große Straße hoch dafür aus dem großen Supermarkt wo ist er dann ach so ne äh vor Campus City einfach ja aber wenn es beim großen Ding ist doch links im Kapus City äh nimmt sie an der Uhr weg und da ja nea ja 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 und da und unternehmen sie zu gesagt da ist das Ding da geht's auch mal hin okay wir sind zu wieder wow wow ich guck gerade schon schön chillig auf der Karte nach auf einmal lassen so ein hässiger zum ich bin jetzt laufen 2 ähm hatte ich ja ein Aufladefehler aber ich hab also nichts rüber gestohlen aber auf einmal war da ganz gut alles hell kann eine Taschenlampe sein oder ein Fehler bei mir ich weiß nicht wie es bei meinem großen Haus also es kommt gut zu sein ich könnte auch ein Grafikfehler gewesen sein ne hätte es eine Taschenlampe bin ich das ich weiß nicht warum praktisch bin ich das oh leck mich am Arsch äh die haben mich jetzt schon zweimal angehittet du hast keine Taschenlampe oder was du bist doch gar nicht in der Nähe von Kapazität ne ja das kanns ganz ne das ist ähm unter der Brücke deine Nähe ich geh grad zum Supermarkt wenn die Zombies wir noch hinterherlaufen irgendwann verlieren die doch die ja ja ah die laufen wir noch hinterher hoffentlich wäre es nicht getötet bevor wir uns finden mhm weil die hätten auch irgendwo durch die Schösch oder das war nicht so egal ne ne da ist einer mit einer Taschenlampe und der Verklopter den Dings er bis zu mir bis ich will kompositiert ne ne ich gucke ich bin grad oben auf der Straße von Mountaincrest weil bei mir ist einer mit Taschenlampe vor dem Leben bei mir Mountaincrest ist auch einer mit der Taschenlampe also in der Stadt das sind zwei hey der hat ne Waffe einer hat ne Waffe ich hau schnell ab ja also wie ist auch irgendeine da läuft einer oh mit der Waffe ganz schnell ganz schnell abbauen bei mir ist es auch grad tricky wenn die jetzt nach oben laufen dann ja ich glaub die haben mich wenn die mich gesehen hätten mit der Taschenlampe wo ich die Zombies weggeknoppt hab da da wär aber was los gewesen ne das sind grad zwei Spieler einer mit der Schotti und einer mit Nix unter dem Hammer ich weiß es nicht ich glaub der eine hatte ne M16 bei mir hab ich ich hab's nicht so gut gesehen aber ich weiß nicht ähm ich steh da hinten anders zu der Säule ich weiß nicht ob die mich gesehen haben die gehen zumindest an mir vorbei der eine liegt da so macht nix und der andere ich weiß nicht wo der andere jetzt hin ist der ist einfach weitergelaufen ich weiß nicht kennen sie sich aber ich will mich jetzt mal hinlegen die laufen jetzt im großen Supermarkt m sitzt verdammt dunkel er ist jetzt da mh super was machen was mache ich jetzt ist halt die Frage so erstmal mein Markenzeichen da lassen so ein Small Backpack an den Straßenrand legen machen wir uns einen größeren mh ja roh schon mehr etwas äh die sind im Supermarkt jetzt rund sehr wahrscheinlich ich weiß jetzt nicht was wir jetzt machen was ich jetzt machen soll aber nicht nur die Breitness für euch die Ruhe stellen bei mir ist das irgendwie komisch hell also eine warum warum das jetzt hell ist also ich habe es auch gut so es ist auch gut so so und jetzt also ich habe ich hätte haben ja auch überlegt m wer wäre eine Nummer der Pumpe der Hälfte ich fast warten dann einen von den Töten weil andere kann mir jetzt nichts machen oder noch um haben wir das auch kacke aber ich weiß nicht ich wollte wieder zu sterben ist nur einer dann würde ich es ja machen aber nicht und zwei ich geh grad zum Gras dran oder machen wir kurz den Pause äh Pausenstopp und machen wir weiter wenn wir zusammen sind mh wie du meinst wohl wir machen Pause wenn wir zusammen sind nein wir machen jetzt eine Pause und bis zusammen sind dann machen wir weiter ach so ich kann auch gar nichts machen warum wo bist du dann ja ich weiß es nicht wir wollten zu einem Supermarkt treffen uns dann zwei Spieler und ich bin jetzt hitten in so einem Gras und also wenn da können wir warten und dann zusammen da hingehen ja da würde ich würde jetzt sagen wir machen jetzt mal Aufnahmepause und wir hauen dann die nächsten Folgen morgen raus morgen ja wir nehmen dann heute nochmal auf oder heute nehmen wir halt noch auf sicher heute noch nochmal dann oder ja ja dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat Daumen hoch Daumen runter abonnieren was geht ne halt neu in der Youtube Welt wir haben schon beide einen eigenen Channel aber wollten einfach mal zusammen einen machen und ja genau dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Servus ja bis zum nächsten Mal